Hallo Leute, willkommen bei Hausflipper. Dies ist Teil 35. In der letzten Folge haben wir mein eigenes neues Wohnzimmer, also vor allem die Küche und das Esszimmer und ein bisschen das Wohnzimmer, neu eingerichtet. Und ja, da gibt es bestimmt noch einiges zu tun, aber jetzt gucken wir uns erstmal das Haus mit einem Geheimnis an. Dann mache ich hier mal die Tür zu. Wir gehen zwar gleich raus, aber da wird hingebeamt ohne Tür. So. Browser. Wo ist es hier? Ein Haus mit einem Geheimnis. Da bin ich schon gespannt. Also ich habe schon so einen Verdacht, aber jetzt lese ich erstmal. Verlassenes Haus zum Renovieren. Zustand unbekannt. Der Inhaber lebt im Ausland. Falls Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an die Immobilienagentur ein Heim für dich. Ein Typ, der auf einem anderen Kontinent gelebt hat, hat erfahren, dass er ein Haus geerbt hat. Er verkauft es, da er keine Lust hat, die halbe Erdkugel zu bereisen, um die Bruchbude von seinem Onkel zu begutachten. Ihn interessierte nicht einmal die Tatsache, dass der Onkel in seinem Testament von einem mysteriösen Geschenk im Haus sprach. Okay. Wir gucken uns mal so die Bilder an. Dann können wir uns ein bisschen vorstellen, was auf uns zukommt. Ich meine, es ist eigentlich ein nettes blaues Haus. So wie dieses Campinghaus. Ein Blau, was wir im Spiel nicht machen können. Aber ziemlich angeschmiert. Oh, wow, wow. Hier so das übliche Erscheinungsbild. Das ist jetzt weder Geheimnis noch Überraschung und auch nicht Geschenk. Das ist nur Dreck. Aber wir gehen jetzt mal hin. Ja. Okay. Ob ich gleich mal, bevor wir reingehen, dieses Graffiti hier draußen wegmache. Ich glaube, ja. Es ist ja schnell gemacht. Und dann fühlt man sich gleich ein bisschen besser. So, ja. Es ist ein nettes blaues Holzhaus. Okay. Schon erledigt. Gehen wir jetzt rein. Okay. Das Übliche. Das Haus ist ja ziemlich teuer gewesen. Und, ja, können wir jetzt gar nicht sehen, wie viel Quadratmeter es hat. Irgendwas 99. Was auch nicht sehr viel ist für den Preis. Und es wirkt irgendwie noch deutlich kleiner. So. Ja, hier. So ein Mini-Bereich. Immerhin muss man hier keine Wand rausreißen. Ach, das verkaufen wir gleich den ganzen Schrott. Ja, das sieht schon so aus wie so eine Wohnküche. Aber im kleinen Format. Also eigentlich eine Mini-Bude. Da ist dann wirklich die Frage, ob wir das Geld rauskriegen, was wir dafür ausgegeben haben. Keller. Aha. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die anderen Zimmer an. Badezimmer. So. Na komm. Das ist, glaube ich, effektiver inzwischen. Weil ich da den ganzen Dreck in Reichweite wegmachen kann. Klo ist draußen. Aber hier ein schönes Waschbecken. Muss man nur mal sauber machen. Mal gucken. Ja, das ist schön. Und die Dusche, die sieht all aus. Die verkaufen wir gleich. So. Und die Tür. Verkaufen wir auch. So. Machen wir mal. Da geht es in den Keller. Hier ist noch eine Tür. Das ist dann wohl das Schlafzimmer. Ah ja, das haben wir auch auf dem Bild gesehen. Auch nichts Besonderes. Das Bett kommt gleich weg. Kann man das auch kaufen? Das sieht nicht schön aus. Da muss man dann sprachteln. Für ein Schlafzimmer ist es ganz ordentlich. So von der Größe. Es ist also ein Zimmer mit einem großen Schlafzimmer. Einem Bad. Und einem sehr kleinen Wohnküchenzimmer. Es reicht aber. Also wir hatten schon kleinere Zimmer. Ist aber keins dieser großen Häuser. Okay, dann ist es umso schneller renoviert. Und jetzt gehen wir mal in den Keller. So. Auch viel Unordnung. Zack. Ach. Wie schnell ich das jetzt aufräumen kann. Das finde ich fantastisch. Hier. Die Regale. Naja, das überlegen wir uns nochmal, ob wir die Regale aufheben. Was wir überhaupt mit dem Keller machen. Vielleicht könnte man eine Sauna in den Keller bauen. Dann wäre das Haus cool. So. Und das soll es jetzt gewesen sein. Aber für eine Sauna würde es reichen. Hier könnte man die Sauna drin machen. Und hier macht man dann den Wellness-Vorraum-Bereich. Und das hätte was. Und. Also wir gehen jetzt hier rein. Mal gucken. Okay. Was ist dort? Ich sehe da nämlich auf der Minimap einen Raum, aber es hat keine Tür. Okay. Gut. Reiße ich den jetzt von hier aus ein? Oder von dort aus? Ist eigentlich gehupft wie gesprungen. Ich gucke mal, ob man diese Mauerwände nachbauen kann. Weil das sieht irgendwie... Ne, wenn ich da Wellness mache, brauche ich das nicht. Also raus mit dem Hammer. Zack. Schlagen wir mal so eine Türöffnung. So. Das müsste reichen, um da reinzukommen. Aha. Aha. Guck mal, was ich da gefunden habe. Ein eingemauertes Bild. Na komm. Das kriegst du jetzt auch noch weggeknüppelt. Und jetzt packen wir hier mal dieses Ding. Ein Kitschsessel. Und hier so ein Schränkchen. Und hier dieses Bild. Das ist das Geheimnis. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Bild? Das ist eins der berühmtesten Bilder der Kunstgeschichte. Auf Englisch heißt es Stary Night. Und ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Es ist von Van Gogh gemalt. Van Gogh ist einer der berühmtesten Maler. Der war so ein bisschen verrückt und hat aber sehr, sehr berühmte Bilder gemalt. Und dieses Bild ist in echt 10 Millionen Dollar wert. Wenn man das kaufen würde auf einer Auktion oder so. Und ist natürlich in einem Museum. Und ich bin mal jetzt gespannt, wie viel das hier bei uns wert ist. 46.000. Das ist schon weit weg von einer Million. Das ist also höchstens eine gute Kopie. Aber trotzdem viel Geld. Die Frage ist, will ich das in diesem Haus lassen? Ich kann es leider nicht in mein Inventar packen und in mein Haus hängen. Das wird mir am besten gefallen. Das fände ich cool. Also bevor ich das verkaufe, weil man kriegt es ja nicht nach. Wenn ich es verkauft habe, ist es weg. Ich packe es jetzt erst mal hoch. Ups, nein. So, vor lauter Bild. So. Gibt es einen Platz im Wohnzimmer, wo man es hinhängen kann? Hier. Ich hänge es erst mal hier hin. Und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich es verkaufe. Weil ich habe jetzt, obwohl ich das Haus gekauft habe, noch 195.000 Euro. Und ich habe ja mein Haus. Dann habe ich ein anderes Haus, gerade für ein Speedvideo noch in Arbeit. Und dieses, was ich dann ja verkaufen werde. Vielleicht lasse ich es auch einfach drin. Aber die Frage ist, kriege ich das bezahlt, wenn ich das Haus verkaufe? So. Das Ding verkaufen wir aber. Das ist irgendwie zu grottig. Also es ist nicht grottig, aber sagen wir mal nicht meinen Stil. Gut. Jetzt kann ich überlegen, ob ich die Sauna hier drin mache. Oder da drin. Auf jeden Fall kann man hier so ein Wohlfühlkeller machen. Man könnte ja hier so ein allgemeines Wohlfühlaufenthalt, Sofa-Lounge-mäßiges Ding machen. Und hier packt man ein Bad rein mit Dusche und Dusche und Badewanne. Es gibt ja keine so richtigen Sauna-Anlagen. Also so Sauna-Dusche spezielle. Und hier, das ist eigentlich groß genug für eine schöne Sauna, denke ich. Die Frage ist nur, wenn, dann sollte man da auch ein Klo machen. Das hier wird ein bisschen knapp fürs Klo, wenn man hier sich sowas abteilt. Aber man könnte hier was abteilen und dort ein nettes Sofa reinstellen. Und dann hätte man noch ein extra Klo oder so. Weil bei den Sauna-Duschen und Badewanne will man ja nicht das Klo mit dabei. Sonst stinkt's. Man könnte natürlich auch auf den Klo verzichten und sagen, wer aufs Klo muss, der geht halt hoch. Trap, 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 trap. Ja, das geht auch. Da muss ich unten kein Klo haben. So. Und dieses Bad ist auch schön groß. Also das Einzige, was klein ist in dieser Bude, ist der Wohn-Koch-Bereich. Aber damit kommt man irgendwie hin. Ja, ja. Also. Putzen. So. Ich habe auch ein anderes Haus, habe ich schon mit Sauna ausgebaut. Das gibt's da mal als Speed-Build-Video. Und da musste ich aber die Sauna mühsam so, ja, aus dem Wohnbereich rausschneiden, sozusagen. Da habe ich dann statt, dass es ein zweites Schlafzimmer gibt oder ein Büro oder so, habe ich dann einfach eine Sauna gebaut. Habe auch das normale Bad, habe alles rausgerissen. Alle Wände habe ich rausgerissen. Das hat Spaß gemacht. Und dann ganz neu aufgeteilt mit so einer Saunalandschaft. Und das gibt's dann als Speed-Video, wenn dies fertig ist. Also sozusagen das Thema von diesem und dem nächsten oder übernächsten Haus ist dann Sauna. Und zwar ganz unterschiedlich wird das. Ist das hier schon fertig geputzt? Nee. Ah, ich gucke in die falsche Richtung. So. Wo ist der Dreck? Jetzt ist er weg. Da. Hier ist noch Dreck. Okay. Nee, das ist irgendwie die falsche Richtung. Hier. Da muss noch... Ah, da war er, der Dreck. Okay. Dann gehen wir auch gleich einmal runter zum Putzen. Husch, husch, husch. Ach, hier gibt's gar nichts zum Putzen. Da war nur Unordnung. Dies hier ist natürlich ein bisschen heftig. Wir machen's mal auf. Ist da irgendein... Ah, da ist was kaputt. Gut. Gut. Schon erledigt. Bevor wir hier im Dunkeln stehen. So. Ich mein, jetzt gucken wir hier nochmal. Ich bin ja eine drastische Mauereinreißerin. Man könnte hier schon den Wohnbereich ein bisschen größer machen, indem man hier dann eine Mauer zieht. Na, dann gewinnt man aber nur zwei Kästchen. Und wenn man hier bei dem Fenster abschließt, dann wird das Schlafzimmer viel zu klein. Tja. Wenn ich das so mache. Also hier zwei Kästchen. Dort wären es dann schon drei Kästchen. Das wäre schon ein Unterschied. Und kann ich die Tür verschieben? Ja. Okay. Also, Kommando einreißen. Das scheint mein Lieblingshobby zu werden. Hätte ich nicht gedacht. Also das war so irgendwie nicht geplant, dass ich, als ich anfing mit dem Spiel, dass ich hier ständig Wände einreiße und neu ziehe. Ich gucke mal, ob ich inzwischen schnellere Verhandlungen nehme. Oh, ich kann aber da verbessern. Dann erhöhe ich mal die Chancen auf Erfolg bei Verhandlungen. Weil Aufträge mache ich gerade keine. So. Grundlagen der Malerei. Ich will Zerstörung. Zehn zerstörte Elemente. Dann kriege ich den großen Profihammer. Und danach hole ich mir den stehlernden Trizeps. Vielleicht wäre der stehlernde Trizeps eigentlich auch besser. Weil da habe ich jetzt noch gar keine Verbesserung. Gucke ich mal. So. Bevor ich da weiter kloppe. Reiße ich jetzt erst mal diese hier ein. Ah. Ah. Aber das ist das Bild. Das Bild. Irgendwas hier hin. So. Kloppen. Neuer Fähigkeitenpunkt verfügbar. Jetzt. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich den Profihammer nehme. Die Frage ist, was bringt der mir. Und hier ist jetzt Leistung gesteigert um 5%. Das ist irgendwie nicht viel. Dann nehme ich lieber mal den großen Profihammer. Und danach steigere ich dann meine Leistung. So. Ja. Sieht schon besser aus. Ei. Kloppt auch besser. Hat man das Gefühl. Öl. Ja. Ja. Der kloppt sehr viel besser. Also das hat sich gelohnt. Den großen Profihammer zu nehmen. Okay. Jetzt verschwindet ihr mal alle. Aha. Oh. Was habe ich gemacht? Das war mir gar nicht bewusst, dass das Haus hier aufhört. Ich könnte jetzt höchstens hier so eine Ausbuchtung reinmachen. Das würde schon was bringen. Ja. Das würde was bringen. Und dann ist das so eine Schrankecke in dem Schlafzimmer. Ja. Und dann habe ich sogar die freie Wahl, wie weit ich das mache. Und dann bin ich nicht auf dieses Fenster angewiesen. Dann kann ich hier auch noch mal gucken. Das Bett müsste eigentlich da reinpassen. Ich stelle mal testweise ein Bett rein. So. Schönes Doppelbett. Nehmen wir einfach mal dies. Das passt da schon rein. Das ist eigentlich eine optimale Nische. Kleine Schränkchen kriegt man rundherum. Also könnte ich die Tür so machen, dass die hier anfängt. Gut. Also kloppen. So. Das lasse ich dann stehen. Weil das der Rand für die Tür ist. Ja, der Rest wird sich gleich auflösen. Gut. Gut. So. Ist das vier? Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, ist vier. Okay. Das ist dann eine geeignete Türöffnung. Ja. Man kommt dann hier so rein. Da steht das Bett. Die Nische hier ist sowieso nicht verhandelbar. Und jetzt gucke ich mal. Ich mache hier dann aber noch ein Mauerdings hin. Mindestens. Und jetzt gucke ich mal, wie groß die Nische wird, wenn ich hier mauere. Ob ich da einen Schrank reinstellen kann. So einen richtigen. Hier sowas. Ja, der passt rein. Gut. Wunderbar. Also weitermauern. So. Sollte nicht zu tief werden. Aber man kann den ja schon so machen, dass hier der Schrank ist. Und dann geht man da so rein in seine Schranknische. Sagen wir mal hier. Na komm. Bauen. Und dann mache ich hier. Ähm. Ah ja. Jetzt habe ich die Wahl. Lieber größeres Wohnzimmer oder lieber größeres Schlafzimmer. Ich denke mal, die Nische ist tief genug. Also baue ich ab hier. Und jetzt die Wand zum Wohnzimmer hin. So. Okay, komm, komm, komm. Hier. Na, dann gehen wir mal raus. Und bauen das von außen. Ah, da muss ich wahrscheinlich erst mal dieses Dings da wegwerfen. Und jetzt wieder mauern. Gut. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, das ist doch gleich sehr viel größer geworden. Machen wir mal Licht an. Wunderbar. Ja. Das finde ich jetzt okay. Dann könnte man durchaus hier eine Küche machen. Und hier den Wohnzimmerbereich. Ja. Das Bild ist vor lauter Hämmern runtergefallen. Aber ich denke mal, das stört nicht. Und jetzt gucken wir uns das Schlafzimmer an. Da müssen wir natürlich einen Lichtschalter machen. Den sollte man hier hinsetzen. Anschlüsse. Nein, keine Klimaanlage. Lichtschalter. Jawohl. Jetzt stellen wir uns hier mal so in den Eingangsbereich. Dann kann man hier so ein Bücherregal hinmachen. Da ist das Bett. Hier kommt man rein. Da ist sogar noch Platz für einen Sessel und so. Und hier ist die Schranknische. Es ist fast wie ein begehbarer Kleiderschrank. Ja, finde ich eigentlich gut. Es ist immer noch groß genug. Ja. Jetzt mache ich hier mal neue Fußbodenreihen. Wenn man genau hinguckt, sieht man, der sieht schon etwas abgeranzt aus. Das ist bei Laminat. Und ich mache den in hell. So. Gerade jemand, der eine Sauna hat und liebt. Ich nehme an, der neue Besitzer wird Sauna lieben. Sonst wird er sich das hier nicht kaufen. Der mag auch so ein helles Holz normalerweise. Gut. Nö, da machen wir lieber... Nö, da müssen wir ein paar Runden machen. Wegen der Nischen. Aber das stört nicht weiter. Diese Bettnische finde ich sogar ganz schön. Ich probiere mal, ob wir bis hierher kommen. Ja, wunderbar. Bad. Oh, da habe ich das hier gleich mit gefließt. Ah ja, so geht es also. Ähm, nee. Bodenfliesen. Okay, dann kann ich hier jetzt gleich eine Entscheidung fällen. Gucken, das Bad ist richtig groß. Nee, nee. Das brauchen wir nicht einschlagen. Das ist schön groß. Da kann man eine Badewanne sogar noch unterbringen, nehme ich an. Und wir erst mal eine Dusche reinstellen und dann sehen wir. Und unten gibt es dann ja auch noch eine Badewanne und eine Dusche, nehme ich an. Bei der Sauna. Ja, hier das Klo. Riesenbad. Gut. Ja, was nehmen wir für Fliesen? Hm. Diese hier haben so einen gewissen Wellnesscharakter. Ich tendiere dazu, die für die Wände im Saunabereich zu nehmen. Weil das erinnert mich an so die Thermalbäder, wo ich gerne bin. Ob diese blauen Keramikfliesen gut aussehen? Die hier sehen so schummerig aus. Und die. Da der Raum so groß ist, könnte man ruhig mal ein bisschen dunklere Fliesen machen. Sonst hätte ich auch hier an die grauen Quadrate gedacht. Ich gucke mal, ob die gut aussehen. Machen wir erst mal so ein Eck. Die sind schon sehr dunkel. So. Aber ich würde sagen, ist okay. So. Ja, das war's dann schon. Gut. Gut. Die Wände werden aufwendiger. Okay. Ich denke mal, ich streiche da mal wieder alles in weiß. Farben. Weiß. So. Schlup. Fangen wir bei der Eingangstür an. Das habe ich mir irgendwie so angewöhnt, immer rechts von der Eingangstür anzufangen und mich dann so durchzuarbeiten. Das nehmen wir mal und stellen es ein bisschen mehr hier hin. Das spart dann Rähnerei. Zwei. Ja, das wird gleich viel besser. Okay. Da noch. Jawohl. Ich habe mitgekriegt, dass andere, die das spielen, die finden auch immer das Fenstermalen etwas nervig. Also hier diese kleinen Stückchen von den Fenstern. Aber gut. Es ist einfach etwas nervig. So. Gut. Also momentan tendiere ich schon dazu, dieses Bild einfach schön im Wohnzimmer aufzuhängen. An zentrale Stelle. Also vielleicht da, wo es jetzt gerade liegt, hinhängen. Weil das ist einfach schöner und das Geld brauche ich gerade nicht so dringend. Und es ist ja ein schönes Bild. Ich finde, das haben sie gut ausgewählt. Komm, das hängen wir jetzt wieder auf. So. Also nicht, dass es dort bleiben soll, aber damit es schon mal einen Platz hat. Okay. Ich werde jetzt zwischen den Folgen einfach mal hier oben rum alles weiß anstreichen. Und danach fangen wir dann mit der nächsten Folge an. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.